Herzlich Willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Promi-Geflüster, jetzt im Monat April. Der April, der April, der macht, was er will, so heißt es doch im Volksmund. Und die Wetter-Kabriolen, die sind ja ganz schön ordentlich. Dass wir im April nochmal Schnee bekommen haben, hätte eigentlich keiner erwartet. Eigentlich soll es Frühling sein, so kurz vor Ostern. Aber eine ganz tolle Osterüberraschung, eine tolle Osterüberraschung, lassen wir drinnen. Das ist authentisch, der Versprecher gehört dazu. So, den hat, die Überraschung, den hat oder die hat mein heutiger Interviewgast hingelegt. Nämlich hat er lang auf sich warten lassen. 2019 war er noch Sieger bei der Sendung DSDS, Deutschland sucht den Superstar, wenn er euch zurückerinnert, Darwin Herbrücken. Und ihn habe ich jetzt in der Leitung, in der Strippe sozusagen. Hallo und herzlich willkommen, grüße dich. Ja, hallo, ich freue mich, hi. 2019 ist schon wieder lange her, wenn man zurückrechnet, 22, drei Jahre. Warte, wie die Zeit vergeht, ne? Ja, Wahnsinn. Ja, du hast damals gewonnen und kommst aber erst jetzt mit deinem Debütalbum. Warum hat es so lange gedauert? Ja, es hat so lange gedauert, weil ich mir sehr viel Zeit nehmen wollte für mein erstes Album, für das Debütalbum. Weil, ja, das ist schon was sehr Besonderes für einen Künstler. Und, ja, ich wollte auch erst mal für mich selber wissen, wo soll es hingehen? Wie soll das Ganze klingen? Was soll das für ein Stil sein? Und, ja, weil ich einfach Bock auf Schlager hatte und habe, ja, hat es ein bisschen länger gedauert, weil man sich ja auch erst mal so ein bisschen einfühlen musste. Ich meine, ich habe schon immer Schlager gehört und gesungen, aber dann selber Schlagersongs zu schreiben und zu produzieren, ist natürlich dann auch was Neues für mich gewesen. Und, ja, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Wir haben viel, ja, Songwriting-Session betrieben, haben mit großartigen Künstlern auch zusammen Songs geschrieben und, ja, eigene Songs von mir sind auch mit auf dem Album dabei. Das hat alles natürlich so ein bisschen gedauert, aber jetzt am Ende sind wir alle glücklich. Das ganze Team ist wirklich glücklich und wir haben ein großartiges Album, wie ich finde, auf die Beine gestellt und das freut uns natürlich riesig. Das auf alle Fälle und wir haben es hier mal ganz kurz, können wir mal einblenden, Aus meiner Seele, ein wirklich ganz besonderes Album. Wie gesagt, du hast es ja schon erwähnt, sind einige Nummern auch von dir mit dabei. Andere haben auch mit sozusagen Hand angelegt. Ich habe jetzt bloß mal, glaube ich, so ganz kurz ein paar gesehen. Tanja Lasch unter anderem, glaube ich, ist dabei und viele, viele andere, die man auch kennt. Kennt, glaube ich, auch Mitch Keller war, glaube ich, auch noch ein Name. Mitch Keller auch, ja. Ein kleines Song geschrieben, ja. Super toll. Ja, und jetzt natürlich seit dem 25. März ist es erhältlich und kann man nur sagen, herzlich willkommen in der Schlagerfamilie, ne? Ja, dankeschön. Ich freue mich riesig hier zu sein. Ja, ich meine, klar, wenn man jetzt so vom DSDS den Sprung versucht rauszugehen, ist es natürlich immer schwierig. Ich glaube, viele hatten dann auch immer mal, ja, es muss unbedingt ein Poptitel sein oder wie siehst du es? Was war es für dich, was hat der DSDS für dich gebracht? Ja, erstmal war es natürlich die geilste Erfahrung meines Lebens. Ich konnte sehr viel Erfahrung sammeln. Erstmal natürlich Fernsehen, das war auch für mich was komplett Neues. Die Bühne an sich war ich natürlich gewohnt, weil ich schon, ja, die ganzen Jahre auch vor DSDS mit meiner eigenen Band viel unterwegs war, aber auch alleine Auftritte gemacht habe und, ja, für mich war das auf jeden Fall so ein Traum, den ich mir auch irgendwie erfüllen wollte, ein eigenes Album rauszubringen und DSDS hat, ja, sehr viel dazu beigetragen, erstmal den Weg dahin, halt so Stück für Stück, ne? Weil es ist ein langer Weg, gerade als Künstler, ne, vom ersten Ton, den man vielleicht singt, jetzt bis zum Album, das geht halt nicht von jetzt auf gleich, man braucht die Erfahrung, die man erstmal sammeln muss und, ja, man wird ja auch über die Zeit immer besser und desto mehr Auftritte man hat und Songs man singt, desto mehr lernt man auch dazu und deswegen würde ich sagen, DSDS hat mir schon, ja, das Ganze auch so ein bisschen ermöglicht, so die Richtung auch angegeben und für mich war es ein sehr großes Sprungbrett, genau. Du sagst gerade, die Auftritte, mit den Auftritten wächst man, ganz klar, aber jetzt hast du gerade so einer Zeit quasi gewonnen, es war kaum ein Jahr, ist eigentlich alles schon wieder stillgestanden, ne? Ist natürlich schwierig für einen Künstler, oder? Ja, auf jeden Fall, ich glaube, Corona hat uns da alle nicht wirklich in den Karten gespielt und, ja, eine sehr schwere Zeit natürlich, ne, für uns alle und, ja, das war natürlich sehr schade, ne, dass direkt ein Jahr später Corona kam und, ähm, alles so still stand, ne? Und man wirklich nicht, äh, wirklich weiterkam, obwohl man gerade so, ähm, ja, ganz am Anfang stand, ne? Ja, das war schon, ähm, ja, wirklich nicht so schön, aber, ja, man muss positiv denken und, äh, wir haben gesagt, wir setzen uns jetzt hin und wir machen das Album und das haben wir, dafür haben wir die Zeit auch genutzt und, äh, ja. Gute Sache, also, wie gesagt, wenn man es wirklich so schön durchhört, sind tolle Nummern drauf, was man natürlich ein bisschen auch auffällt, ist jetzt keine, so eine spezielle Schlager-Mit-Klatschnummer dabei, das jetzt wiederum weniger, ne? Ach doch, auf jeden Fall, also, da sind einige Nummern bei, wo man, äh, den Disco-Fox drauf tanzen kann und zu klatschen kann. Ja, nee, aber jetzt so eine richtige schöne, äh, Partyschlager, das findet man jetzt nicht drauf, ne, direkt. Doch, auf jeden Fall. Doch, okay. Auch Partyschlager mit bei. Das Album besteht aus, äh... Da habe ich, da habe ich wahrscheinlich bloß ein bisschen so die ruhigeren gehört. Ja, du bist eher der Balladentyp, was? Ja, genau. Finde ich aber auch nicht schlecht, ich, nee, also, ich finde es dann schon ganz gut, wenn man so eine kleine Abwechslung drauf hat, das ist auf jeden Fall richtig, ne? Genau. Ja, also, das Album ist wirklich ein bunter Mix voller Emotionen, da sind wirklich Songs bei, die, ja, die pure Lebensenergie ausstrahlen, äh, zum Tanzen und zum Party machen anregen, aber auch, ähm, ja, Balladensongs, die, ja, tiefgründige Geschichten erzählen, ähm, ja, die, die herzerwärmend sind und, äh, ja, ja, vielen Menschen vielleicht auch Hoffnung schenken, äh, so, da ist wirklich alles dabei. Und natürlich eine Nummer vom großen Meister darf nicht fehlen, hier, Midnight Lady, ja, die gehört auch dazu. Genau, Midnight Lady von Roland Kaiser haben wir neu aufgelegt. Genau, und im Hintergrund stand ja da, äh, hier auch Dieter Bohlen, ne? Von der Midnight Lady. Ja, genau. Richtig, richtig. Ja, äh, dass jetzt hier Dieter Bohlen nicht mehr in der Jury ist, äh, wie hast denn du kennengelernt? Findest du es schade? Findest du es gut? Oder, ähm, darfst du jetzt nichts Falsches sagen, ich weiß. Nein, also, ich, 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 ich sag da, sag da, äh, ganz ehrlich zu, also, es ist, äh, natürlich Dieters Show gewesen, klar, ne? Er, äh, war von Anfang an dabei und, ja, es war seine Sendung und, ähm, jetzt natürlich gibt's ein komplett neues DSDS. Und, ähm, ich finde, das sollte man ganz neutral betrachten, weil es irgendwie, ja, quasi fast ein neues Format ist. Und Florian Silbereisen, finde ich, macht wirklich einen mega Job und, äh, die anderen Jurymitglieder natürlich auch. Aber ich finde, ähm, ja, die Sendung passt auch mega zum Florian und, äh, er bringt da irgendwie so einen, so einen neuen, äh, Touch irgendwie so rein. Und das gefällt mir total und es ist so, ja, sehr, sehr ehrlich und, ähm, ja, auch die, die Künstler, die diese Staffel jetzt dabei sind, auch wirklich großartig. Ich verfolge das und, ähm, ja, finde die neue Aufmachung wirklich ganz toll. Das ist, äh, sehr gut gelungen. Ja, da sind wir mal gespannt. Da geht's ja jetzt dann auch so langsam in die finale Phase, wer da, äh, dieses Jahr sozusagen die Trophäe mit nach Hause nehmen darf, ne? Ja. Ganz genau. Ja, ähm, für dich, was steht jetzt in der nahen Zukunft ein? Ich denke mal, jetzt werden einige Promotion-Termine stattfinden, Fernsehsendungen. Wo kann man dich erleben und, äh, auch sehen? Ja, wo man mich erleben und sehen kann, das, äh, folgt auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen. Wir, äh, rollen da gerade alles Mögliche auf und, äh, freuen uns wirklich sehr, unterwegs zu sein und das Album, äh, live mit den Fans, äh, ja, zusammen zu feiern, auf der Bühne. Und, ähm, ja, haben da ganz tolle Ideen und ganz tolle Aktionen, die jetzt kommen und, äh, da freuen wir uns natürlich drauf und mehr dazu, äh, kommt dann in den nächsten Tagen und Wochen. Ja, ja, da sind wir schon gespannt, auf alle Fälle. Jetzt, äh, weiß ich noch aus deiner Zeit, aus der Staffel, äh, du hast auch ein, ja, ich sag mal, ein gutes freundschaftliches Verhältnis gehabt. Oder vielleicht hast du es auch noch zu einem Kollegen hier aus meiner Region. Er kommt aus Rottweil, den Jonas, Jonas Weißer, äh, was ist denn eigentlich aus dem geworden? Hast du da noch Kontakt? Ja, der Jonas ist natürlich, äh, in den Pott gezogen, ähm, hier bei uns, äh, in dem schönen Ruhrgebiet und, äh, ja, das hat mich natürlich riesig gefreut. Ähm, natürlich verläuft sich das alles so mit der Zeit, jeder macht ja auch irgendwie dann so sein eigenes Ding, ähm, aber, ja, ist jetzt hier in die Nähe gezogen und, äh, wir sehen uns ab und zu. Und, äh, hören was voneinander zwischendurch. Und, ähm, ja, so macht jeder halt auch sein eigenes Ding, ne? Ich freue mich total. Ganz viele aus meiner Staffel, ähm, ja, sind jetzt auch richtig musikalisch dabei und bringen geile Songs raus und sind unterwegs. Das freut mich natürlich und, äh, wir müssen uns bald mal alle wiedersehen. Richtig, dann gibt es eine große Party, eine große Sause. Vor allen Dingen, wenn du dann hier mit deinem Schlager, äh, Debütalbum dann auch mal, äh, ein komplettes Konzert geben wirst, denke ich mal, da wird es dann eine Riesenfreude sein, oder? Ja, dann laden wir alle ein, dann machen wir zusammen Party natürlich. Und, und ich komme dann auch mal vorbei, nochmal, genau. Du bist natürlich herzlich eingeladen, das sowieso. Sehr gerne, sehr gerne. Apropos, äh, das war ja, wie gesagt, vor zwei Jahren, äh, drei Jahren warst du ja gleich Premiere Fernsehgarten. Und da haben wir uns ja kennengelernt. Da stand ich damals hinter der Kamera. Das war für unseren Zweitkanal, der jetzt gerade allerdings ein bisschen ruht. Da, äh, haben wir ja die Kendama-Kugel. Kennst du das noch? Hast du die noch? Das weiß ich noch, ja, ich hab's, glaube ich, beim dritten oder vierten Versuch geschafft, das weiß ich noch. Genau, richtig, so ist es, genau. So ein bisschen Geschicklichkeitsspielchen oder so Sachen, äh, liegt dir sowas? Magst du sowas gerne? Ähm, ja, aber, also, alle, alle, die mich kennen, die wissen auf jeden Fall, dass ich so ein, so ein kleiner Grobmotoriker bin, also, äh, ich hab's da nicht so mit der Feinmotorik, ich bin eher so, ja, mehr grob veranlagt bei solchen Sachen, also, da muss ich, ich glaube ich noch ein bisschen Übung. Kein Ding, kein Ding. Aber, äh, die Musik, die liegt da auf alle Fälle gut, wie gesagt, ja, bist du ja wirklich zu Hause. Ähm, jetzt haben wir ja gerade schon am Anfang gesagt, klar, der Frühling ist ja jetzt eigentlich mittendrin, sollte eigentlich Frühling sein. Was bist du für ein Typ? Mehr so der Wintertyp oder schon eher auf Sommer Sonne eingestellt? Also, ich bin auf jeden Fall, ähm, ein, ein Sommerkind, ich brauche, äh, die Sonne, ich bin ja auch im August geboren, ich glaube, das liegt auch daran, aber ich mag auch irgendwie, ähm, die Zeit, wo es dann mal früher dunkel wird und man dann auch mehr zu Hause ist, weil, ja, da genießt man irgendwie mehr, da ist man nicht so, im Sommer ist man immer viel draußen, viel unterwegs und so, das ist teilweise auch schon ein bisschen anstrengend. Und dann ist es auch mal schön, wenn dann irgendwie so im Herbst die Blätter fallen und, äh, ja, man alles irgendwie so gefühlt ein bisschen ruhiger angeht, ne? Aber so brauche ich auf jeden Fall den Sommer und die Sonne, ganz wichtig. Genau, also eigentlich schön, wenn man wieder raus kann und wieder Sonne genießen kann, ganz genau. Jetzt wird natürlich, denke ich mal, auch wieder anstehen, das geht allerdings ja erst im Juni dieses Jahr los, immer wieder sonntags. Und da wird man dich bestimmt in irgendeiner Form auch sehen und das ist eigentlich so die Sendung, wo wir mit unserem Promi-Geflüster auch immer wieder vor Ort sind und vielleicht machen wir da dann mal eine schöne Fortsetzung. Gerne. Auch dann in, vielleicht im Europapark dann vielleicht so die eine oder andere Achterbahn mal fahren, oder? Oh ja, das können wir gerne machen, da habe ich nichts gegen, aber da musst du mitfahren. Ja, da habe ich jetzt ein Problem. Nicht bei allen, aber bei ein paar geht schon, genau. Okay, ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Das wäre dann so die nächste Aktion, die wir vielleicht dann zusammen starten können. Da kommt auch unser Kollege wieder mit. Ja, da sehen wir uns ja. Richtig, richtig, dann machen wir da wieder schön einen drauf. Ja, jetzt haben wir auch das Osterfest vor der Tür. Alles schon vorbereitet oder was gibt es bei dir da noch zu tun? Also ja, wir machen immer so ein paar Tage vorher, färben wir Eier zusammen und ja, sitzen dann Ostern mit der Family zusammen und trinken Kaffee, essen Kuchen und es gibt was Leckeres zu essen. Aber mehr machen wir da jetzt auch nicht mehr. Früher haben wir natürlich Eier dann noch gesucht, die meine Eltern dann versteckt haben und ja, jetzt machen wir das natürlich nicht mehr. Ja, wir trinken nur noch Kaffee, Kuchen und essen was Schönes zusammen. Einfach die Zeit mit der Familie ein bisschen genießen und das Ganze ruhig angehen lassen, ganz genau. Wunderbar. Wenn man jetzt auch noch ein bisschen mehr über dich lesen und sehen möchte, die Social Medias, wie nutzt du die? Wo bist du überall zu finden? Ich bin eigentlich ja fast überall bei Facebook, bei Instagram, bei TikTok. Also da halte ich glaube ich alle täglich immer gut auf Trab und ja, dass alle auch so ein bisschen an meinem Leben so ein bisschen teilhaben auch und ja, schaut gerne mal vorbei. Würde mich riesig freuen und da werdet ihr auch immer, ja, über alle neuen Sachen informiert, alles was so ansteht, neue Musik, Konzerte, Auftritte, da ist auf jeden Fall alles zu finden. Alles dabei, was man finden kann, ganz genau und wir sind glaube ich auch verbunden über Instagram und ja, ich denke mal, da müssen wir auf alle Fälle mal drauf schauen. Was sind so deine aktuellen Posts, was kann man gerade finden, über was hast du berichtet? Ja, natürlich über mein Album. Ich hatte die Tage ein Video gepostet, wie ich ein, ja, mein Album im Geschäft selber gekauft habe. Ich glaube, das ist für den Künstler wirklich was ganz Großes. Da arbeitet man lange drauf hin, selber ins Geschäft zu gehen und sich sein eigenes Album zu kaufen und es da stehen zu sehen zwischen den ganzen anderen geilen Künstlern. Und ja, dann habe ich direkt zwei mitgenommen und die auch auf Social Media dann verlost. Ja, genau. Ich bin gerade parallel mal kurz drauf, ganz klar. Und die Fans, wie haben es eigentlich dir jetzt angenommen, dass du jetzt wirklich hier Schlager singst? Ja, viele haben natürlich erstmal gesagt Schlager, krass und so, aber die meisten wussten, wenn ich, die auch da meine Konzerte besucht haben, dass ich auch live immer Schlagersongs zum Besten gegeben habe. Und ja, alle waren erstmal natürlich total gespannt und haben erstmal gesagt, ja, wir hören uns das erstmal an. Aber ja, jetzt kamen so viele tolle Feedbacks, so viele tolle Nachrichten, die mich alt nahm, dass das Album wirklich sehr gut ankommt und die Songs auch gefeiert werden. Und das freut mich natürlich riesig. Genau. Was ich jetzt gerade auch noch sehe, mit welcher jungen Dame bist du denn da in Paris gewesen? Ja, ich war in Paris mit Sharon Trovato. Wir haben ein Duett zusammen gemacht. Der Song, der heißt Jet Ham. Und ja, die Tage kommt auch das Musikvideo dazu raus. Und ja, ein ganz toller Song. Sharon und ich sind dicke Freunde und der Song, der ist wirklich wunderschön. Geschrieben von dem Produzenten, der auch mein Album produziert hat, von Lalo T. Tenkov. Und ja, wir haben ein schönes Duett daraus gemacht und ein geiles Video auch gedreht. Und ja, das kommt jetzt die nächsten Tage raus. Also, da tut sich doch einiges Neues bei Darwin, Herr Brücken. Und ja, da wünschen wir Dir einfach für die weitere Zukunft viel, viel Erfolg, dass es so einschlägt, wie es Du Dir wünschst. Ja, vielen Dank. Ja, wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns recht bald mal wieder. Wäre schön. Also in Live Natura. Und für heute haben wir es eigentlich schon fast wieder geschafft. Ich sage herzlichen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast und sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank und auch den Zuschauern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und zum Schluss darfst Du jetzt die Worte an Deine Fans richten. Ja, ihr Lieben, erstmal vielen Dank, dass ich natürlich hier sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich auch, dass wir uns bald wiedersehen, aber auch hier an alle Zuschauer, die zusehen. Ich freue mich riesig, Euch bald alle mal wieder in Live zu sehen. Und ich hoffe, wir werden eine geile Zeit haben und das Album feiern. Und ja, ich wünsche Euch alles Gute. Bleibt gesund und ja, bis ganz bald. Fühlt Euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.